Ja, da guckt ihr, ne? Paket Nummer 1 schon mal reingestellt. Boah, das ist so schwer. Das glaubt man gar nicht. Boah, kann man kaum bewegen. Wo der Typ sagte, oh, das ist schwer, da hab ich gedacht, oh, schwer, sagt der andere auch immer. Das ist richtig schwer, ich bin mal zusammengebrochen. Komm, wir holen doch schnell das zweite.